Es ist ein bisschen schmucklos. Bevor ich jetzt versuche, dem Bayerischen Lebensministerium bei seiner Arbeit zu helfen, dekoriere ich erstmal ein bisschen um. Okay, dann gehen wir mal. Wir sind vom Bayerischen Rundfunk und wir sammeln alte Mobiltelefone, weil so viel nämlich Rohstoffe zu Hause bei den Leuten lagern, die wertvoll sind. Hast du ein altes Mobiltelefon? In meinem Leben erst drei Handys besessen und die zwei alten sind schon längst wiederverwertet teilweise. Mein kleiner Bruder hat es. Von daher, ich habe leider keine alten Mobiltelefone. Was machst du mit deinen alten Mobiltelefonen? Ich habe mein Mobiltelefon seit drei Jahren. Und davor hattest du keins? Das liegt noch zu Hause rum. Und warum bringst du das nicht zum Beispiel in so eine Rohstoffverwertungsbox? Weil es noch super funktioniert und falls ich ein Auswechseltelefon brauche, dann habe ich das noch zur Not. Hast du da noch alte Mobiltelefone, die du in diese Box reintun könntest? Ich habe leider nichts mehr, nein. Wieso nicht? Wo hast du die hingebracht? Die sind schon alle verkauft. Wohin verkauft? Über Ebay. Hallo? Hallo? Wir sind vom Bayerischen Rundfunk. Und wir haben jetzt eine kurze Zeit. Halt! Die Tür vor der Nase zugehauen. Die Kiste und ich gehen traurig weg. Mal gucken, wie es hier aussieht. Was machst denn du mit deinem alten Telefon? Ich sammle die. Und dann? Ich habe so einen kleinen Schrein und die bete ich dann an. Was macht ihr mit euren alten Mobiltelefon? Ähm... Wegschmeißen? Ja. Wohin? Äh, den Mülleimer. Einfach so? Ihr wisst doch, dass da wertvolle Rohstoffe drin sind oder etwa nicht? Nee. Sparen ist offensichtlich nicht euer Programm. Nee. Überhaupt nicht. Hallo. Und zwar helfen wir dem Bayerischen Umweltministerium auf der Suche nach alten Mobiltelefonen. Schauen wir gleich nach. Ja. Ist das ein altes Mobiltelefon? Das ist ein altes Mobil. Aber ich würde gerne nochmal nachschauen, ob ich vielleicht das eine oder andere doch nochmal brauchen kann. Also hier ist ein altes. Hier ist ein altes. Sie sehen ja noch super aus. Ja. Wahnsinn. Also das opfer ich. Das schmeiß ich weg. Bitte. Das ist ein sehr, sehr feierlicher Moment. Denn wir suchen schon ganz schön lange. Und das ist jetzt das... Ehrlich? Ja. Das allererste? Das allererste Telefon. Der überwältigende, unglaubliche Erfolg eines Nachmittags ist alte Mobiltelefonsammelaktion. Ein Mobiltelefon. Aber hört ihr den Beat? Damit kann man sogar Musik machen. Der brid ο Der 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 Bis zum nächsten Mal.